Marco Anwerpen, vorletztes Punktspiel, letztes Heimspiel, ist ein bisschen Wehmut mit dabei? Nee, wir haben Vorfreude auf das Spiel, weil wir, glaube ich, nochmal hier ein volles Preußenstadion haben. Und ja, dementsprechend macht es auch Spaß, vor so einer Kulisse Fußball zu spielen. Die Preußen haben einen Lauf, fünf Spiele, elf Punkte. Warum läuft es so gut jetzt nochmal zum Saisonfinale, obwohl man ja eher sagen könnte, vielleicht wäre ein bisschen die Luft raus, weil die meisten Entscheidungen gefallen sind für die Preußen halt. Ja, aber zum einen macht Fußball ja Spaß, also gerade jetzt mal vor den Kulissen zu spielen. Und wie gesagt, wir sind ja auch immer so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ich denke. Ja, und dementsprechend haben wir, glaube ich, aktuell Lust auf so ein Spiel. Und ja, hier kommt eine Mannschaft, da geht es viel drum. Und ja, da wollen wir schon dagegen halten. Im Advent gab es 0 zu 5 in Karlsruhe, eine sehr bittere Niederlage, sehr hoch, mit vielen umschrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Ist das so ein bisschen hinten im Kopf von der Mannschaft drin, vom Trainer drin? Ist das so ein bisschen eine Motivation, es diesmal nochmal zurückzuzahlen? Ja, zurückzuzahlen jetzt in dem Rahmen nicht. Aber wir wissen natürlich um das Ergebnis und das hat uns nicht gefallen. Uns haben so ein paar andere Sachen auch noch nicht dazu gefallen. Und dementsprechend sind wir natürlich angehalten, hier eine Top-Leistung auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft hat in Halle gewonnen. Gibt es Grund, irgendwas Großes zu verändern? Gibt es Angeschlagen oder Verletzte? Nein, alle fit. Dom Melanius fehlt aufgrund seines Muskelfaseres weiterhin, aber sonst können wir eigentlich die identische Mannschaft auf den Platz bringen. Also nochmal eine schöne Verabschiedung vom eigenen Publikum, 10.000 Zuschauer, das macht wahrscheinlich richtig Bock. Ja, haben wir jetzt in den Halle, da waren viele Zuschauer da, in Braunschweig hat es Riesenspaß gemacht, wie Braunschweig die Fans, die ihre Mannschaft unterstützt haben und wir dagegen gehalten haben. Jetzt morgen vor unseren eigenen Fans und da wollen wir auch nochmal richtig einen raushauen. Dann viel Spaß und viel Glück. Dankeschön.